Okay, ich stelle jetzt eine ganz normale, einfache Frage. Und wer sich angesprochen fühlt, fühlt sich angesprochen und gebt mir auch verdammt nur mal eine Antwort heute noch! Haben Sie ein Kindsir? Nein, nicht geschissen. Deckel drauf und nicht umgeriert. Haben Sie ein Kindsir? Nein, nicht geschissen. Deckel drauf und nicht umgeriert. Haben Sie ein Kindsir? Nein, nicht geschissen. Deckel drauf und nicht umgeriert. Haben Sie ein Kindsir? Nein, nicht geschissen. Deckel drauf und nicht umgeriert. Haben Sie ein Kindsir? Nein, nicht geschissen. Deckel drauf und nicht umgeriert. Um sei Kibze, nein, ich schieße, Deckel drauf und nicht umklärt. Um sei Kibze, nein, ich schieße, Deckel drauf und nicht umklärt. Um sei Kibze, nein, ich schieße, Deckel drauf und nicht umklärt. Kann es sein, ist das so, es hat sich gar nicht einmal gespielt. Und, was isch jetzt? Ich schieße, ich schieße, Deckel drauf und nicht umklärt.